Hallo und herzlich willkommen, hier auf meinem Kanal Schattenwolf, wir spielen weiter die Pflanz gegen Zombies und heute, jetzt das erste Level, kommt der große Ansturm der ersten Level, oder Welt, oder keine Ahnung wie viele Welt es gibt, Level, und wir starten auch gleich, lasst ein Like und Abo da, losgehen, ich hasse diese Hand, Alter, ich hasse dieses Vieh, ach du Scheiße, okay, damit er jetzt nicht gerechnet, Ich sehe, ich würde mal aus Das war's für heute. So, eine Reihe an Eisbrüchen. Junge, wie viele Kirschbomben, komm denn bitte! Oh, come on! 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 So! So! Oh, come on! 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 Oh! Oh, come on! 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 Oh! Oh, come on! Schüt mal! Schüt mal! Was ist das, was wein? Was da? Ich schieb eure Base, Jungs, ich schieb eure Base. Nächster Level. Schießt über kurze Entfernung mit Sporen auf den Pfeil. Ah, jetzt wird's Nacht. Auch dir einen schönen Abend. Ja, jetzt gehe ich nicht auf. Ich glaube, es gibt noch einen Unterschied, Kollege. Oh. Ah. Ah. Okay. 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 Don't worry about it. Oh. Oh. Ich krieg jetzt schon... Ich krieg jetzt schon... Ich krieg jetzt schon ein Kortes Anfänger. Junge, das ist so ungewohnt! Eigentlich wirst' ich jetzt schon... Achtung! Boah, Alter, das ist so ungewohnt! Eigentlich wüsste ich jetzt schon längst so ein Blumenbettel sein, aber... Nein! Nein, aber jetzt krieg ich hier von der Haufe Stück! Ah, jetzt geht's lange los hier! Ah! 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 Ich habe ein Zombie mit einer Zeitung! Geil! Okay. So, 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 jetzt kann ich eigentlich die großen Helden bauen. Geh weg von mir, du... Juhu, keine Ahnung was. Hast du wohl einen Sportteil nicht mehr gefunden, oder was? Ja. Naah, ich bin doppelös. Was bist du für einer? Gib dir früh erst klein, später noch ein paar normale Sonnen. Okay, was soll das? Feiles sein? Ich probier das mal aus. Loll, er ist 15 noch, Loll. Ich probier das mal aus. Ja, die Pilze sind auch lustig. Jo, die sind so ein bisschen versetzt. Ich probier das mal aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Ah, das ist eine Gruppe. 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 Ah, verdammt. Ah, das ist eine Gruppe. 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 4 immer schon aufgeglichen sein was ist das für ein Vieh? mit der strömt giftige dämpft wird die Fliegengitter durchdringt Jo das ist schön toll Ah, dann sehen wir auch gleich das nächste Menü so, das war's heute mit diesem Video hoffe ich hat euch gefallen mir hat das Spiel schön gefallen wir sehen uns das nächste Mal, lasst einen Kommentar, Like und ein Abo da bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal